Heute zeige ich euch das Spiel Looney Quest aus dem Liebelut Verlag, ein Spiel für 2-5 Spieler ab 8 Jahren mit einer Dauer von ca. 20 Minuten. Wie immer zeige ich euch als erstes, was findet ihr in der Spiele Schachtel an Inhalt, wie baut ihr dieses Spiel auf und wie funktionieren die Regeln. Und jetzt viel Spaß mit meinem Video zu Looney Quest. In der Spiele Schachtel findet ihr folgenden Inhalt. Ein Poster, auf dem auch alle Quests nochmal hinten abgedruckt sind. Dann gibt es eine Anleitung. Dann gibt es hier einen Unterbau für die Aufgaben. Das ist ein Info-Zettel, dass man von den Malscheiben erstmal noch die Schutzfolie runter machen sollte. Dann gibt es hier einen Haufen Quests. Zweiseitige Zettel mit lustigen Bildern darauf und den entsprechenden Aufgaben. Dann gibt es eben diese Malscheiben. Da muss man eben vorher die Schutzfolien runter machen. Sonst malt es sich darauf schlecht. Dann gibt es hier die Mal-Tableaus noch. Die haben auch zwei Seiten. Das hat auch einen Grund. Davon gibt es auch für jeden Spieler was. Eine Sanduhr. Ein paar Strafplättchen. Ein paar Bonusplättchen. Dann gibt es hier noch einen Marker. Und die Zählstreifen für die Spieler. Und was braucht man bei einem Malspiel natürlich? Einen Stift. Ja, und auch die Schachtel, die brauchen wir als Unterbau für dieses Spiel. Das ist der komplette Inhalt dieser Spiele-Schachtel. Und als nächstes zeige ich euch, wie ihr das Ganze jetzt aufbaut. Der Spielaufbau geht folgendermaßen. Ihr legt die Spielschachtel-Unterseite auf den Tisch. Und da legt ihr dann diesen Einleger hier rein. Denn da kommen die Quests drauf. Quests, das sind diese schönen bunten Zettelchen. Und man sucht sich einfach eine von diesen sieben Quest-Reihen aus. Wir fangen mit der einfachen Quest-Reihe hier an. Mit der grünen. Und da gibt es jetzt sechs Missionen. Immer eine auf der Vorderseite. Eine auf der Rückseite. Die man erledigen muss. Und die erste Quest legen wir einfach mal hier oben rein. Und die anderen daneben. Und die, die wir nicht spielen, die kann man auch aus dem Spiel tun. Dann nehmen wir hier diese Belohnungsmarker, machen einen Stapel. Dann diese Strafmarker, machen einen Stapel. Jeder Spieler nimmt sich eine Malunterlage. Und diese durchsichtige Fläche legt die hier oben drauf. Und legt das dann vor sich ab. Dann braucht natürlich jeder Spieler einen Stift. Der hat auch auf der anderen Seite einen Radierer. Das heißt, das kann man am besten dann so zusammenstecken. Und dann eben malen. Und notfalls wieder wegradieren. Dazu gibt es natürlich eine Zeitbeschränkung. Die hier durch diese wunderschöne Sanduhr vorgegeben wird. Und dann hat jeder Spieler einen Marker für seine Figur. Ich nehme mal blau. Und diesen Streifen hier. Der wird später hier in die Siegpunkteleiste eingesteckt. Und dann vorwärts bewegt. Vor dem ersten Spiel liegt der Marker des jüngsten Spielers ganz unten. Und der des ältesten Spielers ganz oben. Und man macht hier einfach so einen Stapel. Ich zeige euch das Spiel jetzt einfach nur mit einem Spieler. Denn ich kann nicht für zwei Leute gleichzeitig malen. Und das bringt ja auch nichts. Ich möchte euch hier nur zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und das mache ich, nachdem ich euch im nächsten Video erstmal die Spielidee vorgelesen habe. In der so wundervollen wie seltsamen Welt Arcadia steht der alternde König Fedor ohne Erben da. Daher ruft er zu einem groß angelegten Wettkampf und verspricht demjenigen den Thron, der sich als herausragendster Abenteurer erweist. Die wagemutigsten Helden, die sich dieser Sache gewachsen fühlen, werden durch sieben Welten voller Wunder reisen. Diese werden von den Loonies bewohnt. Verrückten Geschöpfen, die nichts mehr lieben als eine ordentliche Balgerei. Aber nicht nur die Loonie stehen den Helden gegenüber. Um die Krone zu erringen, müssen sie sich auch der fiesen Tricks ihrer Mithelden erwehren. Tja, um was geht es also in Looney Quest? In Looney Quest geht es darum, Quests zu erledigen, um dafür Siegpunkte zu bekommen. Und das ist eine sehr, sehr coole Sache, die man mit seinem Malstift hier erledigen muss. Ich finde es eine absolut geniale Idee. Wir gehen das jetzt einfach mal der Reihe nach durch und dann versteht ihr ganz schnell, um was es hier eigentlich geht. Grundsätzlich geht es darum, auf dem Tableau blind zu zeichnen, wo man einen Weg hier sieht oder einen Weg legen möchte auf dem Plan oder je nach Mission eben die Missionsziele erreichen möchte. Und dann, wenn man fertig ist, legt man das hier rein und dann sieht man anhand des Gemalten, wie weit man gut und wie weit man schlecht war. Für gut gibt es Pluspunkte, für schlecht gibt es Minuspunkte. Und aus der Summe der beiden gibt es dann eben Punkte, die man mit der Figur fährt. Zeit hat man meistens 30 Sekunden. Es gibt auch Level, in denen man 30 Sekunden Zeit hat, um sich erstmal den Plan einzuprägen. Dann wird hier umgedreht und man muss komplett blind zeichnen, um was es hier geht. So, ihr seid noch verwirrt? Dann fange ich jetzt einfach mal an, euch die erste Quest hier zu erklären. Hier vorne wird immer angezeigt, um was es geht in dieser Quest. Und da gibt es verschiedene Dinge. Ich nehme jetzt mal ein paar Pläne hierher. Nehmen wir mal den hier noch dazu. Hier geht es grundsätzlich darum, einen durchgehenden Strich vom Anfang bis zum Ende zu zeichnen. Was heißt das von Anfang bis zum Ende? Das steht auf dem nächsten Teil hier nebendran. Hier sieht man, der Anfang ist dieses mit dem Pfeilen und das Ende ist hier oben die Ziellinie. Also die Hauptaufgabe ist es, hier einen Weg zu zeichnen, der hier nach oben zur Ziellinie geht. So, dann gibt es aber noch Zusatzpunkte für jede Münze, die ich auf diesem Wege mitstreife. Das heißt, ich muss also schauen, dass ich hier den Weg so in etwa reinzeichne und ein paar Münzen mitnehme. Natürlich sehe ich erst, ob es passt, wenn ich am Schluss dann das hier drauflege. Denn was ich nicht erwischen darf, sind, ich darf diese Person nicht streifen. Das gibt zwei Minuspunkte pro gestreifter Person. Und ich darf auch hier die Mauer nicht streifen. Das gibt einen Minuspunkt pro gestreifter Mauer. Und dann gibt es noch hier so zwei zusätzliche Sachen. Zum einen die Bombe. Die Bombe, wenn ich beim Malen mit erwische, die bedeutet, ich muss mir von diesen Markern einen nehmen und den in der nächsten Runde aktivieren und mir das Negative, was dieser Marker bringt, leider mit dazu nehmen. Die erkläre ich euch gleich. Gleichzeitig kann ich aber auch absichtlich versuchen, so einen hier mit auf meinem Weg einzusammeln. Das sind diese Bonusmarker. Die kann ich dann meinem Gegner am Anfang der nächsten Runde zugutekommen lassen, um ihn zu blockieren. Auch die erkläre ich euch gleich noch getrennt. Also, es ist so, dass die Spieler sich kurz jetzt anschauen, was ist die Mission. Dann wird die Sanduhr umgedreht und jeder zeichnet. Ich mache das jetzt einfach mal in diesem Beispiel. Ich drehe jetzt die Sanduhr um und jeder zeichnet von seiner Ansicht aus. Also, ich muss jetzt von hier oben nach da unten zeichnen. Der Spieler, der da drüben sitzt, der muss genau andersrum zeichnen. Also, fange jetzt mal hier unten an und sage, ich gehe jetzt hier ungefähr, gehe hier rüber, hole mir das Ding und dann ziehe ich hier oben durch, hier zum Ziel. So, das ist jetzt meine Linie, die ich gezeichnet habe. Die Zeit läuft ab und dann, wenn alle Spieler gezeichnet haben, also die Zeit ist abgelaufen, alle müssen aufhören, dann darf der Spieler, der am obersten jetzt momentan noch liegt auf diesem Stapel, wo ich gesagt habe, dass der Älteste oben und der Jüngste unten liegt, darf als erstes seine Platte nehmen und die jetzt eins zu eins hier einfach drauflegen. Ja, und jetzt sehen wir schon Folgendes. Ich habe es geschafft, die grundsätzliche Mission zu erfüllen. Ich habe vom Start bis zum Ende eine Linie gezeichnet. Dafür kriege ich drei Punkte, das sind diese silbernen Dinger hier drunter. Dann habe ich zusätzlich noch geschafft, diesen Punkt zu streifen, den da vielleicht auch gerade noch und den hier. Das heißt, drei extra Punkte, weil die drei habe ich nicht erwischt. Das heißt, ich habe drei Punkte plus drei extra Punkte. Eins, zwei, drei, sechs Punkte. Ich habe keine Mauer gerannt, ich habe auch keinen von diesen Herren berührt, das ist ganz knapp nicht berührt. Also gibt es keine Minuspunkte. Und somit hätte ich jetzt in dieser Runde einfach sechs Punkte gewonnen und stecke den jetzt hier einfach bei sechs Punkten rein. Dann nehme ich das raus und der nächste Spieler legt seine Schablone rein und auch da wird geschaut, was er geschafft hat. Dann kann man das hier wunderbar wieder alles runterwischen und dann wird gemeinsam die nächste Quest gespielt. Dazu nimmt man diesen Zettel und dreht ihn um 90 Grad rüber und legt ihn so rein, so dass nie jeder die gleiche Ausrichtung von diesen Zetteln hat. Das heißt, wenn man diese Quest öfter spielt im Verlauf eines Spielerlebens, dann ist dadurch, dass man es immer anders hinlegt, nie ein Gewöhnungseffekt. Und ich weiß genau, wo ich die Linie langziehen muss, weil das Ding immer anders liegt. Und dadurch muss ich mich jedes Mal neu drauf einstellen. Und hier sehen wir jetzt die zweite Art des Spielens und hier heißt es Einkreisen. Einkreisen bedeutet, ich muss dreimal einen Kreis machen. Ich muss Blumen einkreisen. Wir haben hier eins, zwei, drei Blumen. Das heißt also, ich muss um jede Blume einen Kreis ziehen. Der Kreis darf die Blume nicht berühren, nicht schneiden, ansonsten zählen die Punkte nicht. Und Minuspunkte gibt es, wenn ich hier eins von diesen Blöcken erwische. Zusätzlich kann ich noch versuchen, hier diesen Blitz einzukreisen. Und dann habe ich hier wieder einen Sondermarker. Oder wenn ich eine Bombe aus Versehen erwische, dann habe ich da natürlich wieder ein Problem. Ich mache das jetzt einfach mal schnell. Ich sage mal, hier ist eine Blume, hier ist eine Blume und hier ist eine Blume. Fertig das Ganze. Lege das mal hier drauf. Und wir sehen schon, die Blume hätte ich erwischt. Die auch, die habe ich geschnitten. Das heißt, ich kriege nur sechs Punkte, also drei Punkte, drei Punkte. Minuspunkte kriege ich keine, weil ich keine von den Ruinen erwischt habe. Aber ich müsste mir für die nächste Runde hier so eine Bombe nehmen, weil ich die erwischt habe. So, was gibt es noch für Möglichkeiten an Quests? Jetzt schauen wir die mal kurz durch. Da haben wir nämlich noch diese hier. Hier heißt es einfach Punkte setzen. Das heißt, ich muss vier Punkte auf diesen Plan setzen. Und zwar gibt mir der Herr hier unten drei Punkte und die anderen jeweils zwei Punkte. Das heißt, ich muss einfach nur an die Stellen ungefähr, wo die sind, hier so vier Punkte setzen. Dann wird das da reingelegt und wird geschaut, habe ich sie getroffen. In dem Fall hätte ich fast alle getroffen, außer der da unten ist eine Streitfrage natürlich. Auf jeden Fall würde es auch entsprechend Punkte geben. Und für jede Mauer, die ich getroffen hätte, würde es eben Minuspunkte geben. Sollte ich mal mehr Minuspunkte wie Pluspunkte in einem Level erreicht haben, dann ziehe ich den Marker hier nie rückwärts. Der geht immer nur vorwärts oder bleibt eben stehen. Also, das dritte ist Punkte setzen. Und das vierte, was es noch gibt, ist eine Linie zu ziehen. Die hat einen Anfang, aber kein Ende. Das bedeutet, ich kann die Linie anfangen, wo sie muss, aber aufhören kann ich, wo ich möchte. Wenn ich sage, ich möchte nur bis dahin zeichnen und höre dann auf, dann kann ich das tun. Ich kann aber auch komplett durchzeichnen und eben hier auch wieder die Bonusmarken mit einsammeln. Was es hier noch Besonderes gibt, ist der Schlüssel und das Schloss. Sollte ich den Schlüssel und das Schloss berühren in meiner Linie, kriege ich hier nochmal zwei Siegpunkte extra. Hier gibt es also die unterschiedlichsten Sachen. Die Level werden natürlich später auf einiges schwerer. Die werden dann viel quietsche bunter mit noch mehr drücken und noch mehr nicht berühren und tralali und tralala oder sowas hier mit Schaltern, wo ich erst den Schalter berühren muss, damit ich hier unten durch kann und so weiter und so fort. Da gibt es ziemlich verrückte Sachen. Das ist echt total cool, was man hier alles hat an Missionen. Und so spielt man eben jetzt diese sechs Welten durch. Am Schluss, wie es bei jedem Spiel so ist, wartet natürlich ein schöner Boss auf uns. Bosse haben oftmals das Problem, dass wenn man eine bestimmte Sache macht bei einem Boss, dann kriegt man keinerlei Punkte für dieses Level. In dem Fall, wenn ich irgendwo einen von diesen Steinen berühre, kriege ich keinerlei Punkte. Die Missionen beim Boss werden jetzt zum einen einen Kringel ziehen um die Flamme herum und zum zweiten viermal von einer Bombe auf den Boss eine Linie ziehen. Und wenn ich dabei eben einmal hier irgendwo an die Wand komme, habe ich gar keine Punkte. Die Regeln sind grundsätzlich auch das beim Zeichnen. Ich darf keine Sachen kreuzen, sonst ist es verloren. Oder auch so, wenn ich solche Dinge mache, ist es verloren. Also ich muss immer saubere Linien ziehen, die sich ja nicht berühren oder übereinander drüber gehen. Das heißt, wenn ich jetzt vier Linien ziehen muss, dann muss ich wirklich schauen, dass sich diese vier Linien nirgendwo berühren. Da muss ich eben gut drauf achten. Ansonsten ist beim Zeichnen alles erlaubt. Ich darf zeichnen, ich darf währenddessen wegradieren. Solange die Zeit läuft, kann ich da agieren, wie ich möchte. Was ich nochmal deutlich erklären muss, kurz ist das Thema mit dem Falschzeichnen. Wenn ich irgendwas überschneide oder die Hauptquests nicht erledige, das bedeutet nicht, dass ich für die Nebenquests nicht trotzdem Erfahrungspunkte bekomme. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Linie gemalt habe und das Ziel von mir nicht getroffen habe, dann habe ich vielleicht die Hauptquests nicht geschafft. Aber wenn ich mit dieser Linie ein paar von den goldenen Münzen getroffen habe, kriege ich dafür natürlich trotzdem meine Erfahrungspunkte. Die Hauptquests und die Nebenquests sind grundsätzlich voneinander unabhängig. So, im nächsten Video erkläre ich euch jetzt noch kurz die ganzen Marker und dann denke ich, auf eine Bonusrunde kann ich verzichten. Ich habe es euch jetzt schon gezeigt. Vielleicht male ich noch irgendeine Quest. Das sehen wir erst dann gleich. Ich fange mit den grünen Markern an. Die grünen Marker kriege ich eben dann, wenn ich eine Hauptquest richtig erledigt habe und hier so einen Blitz gestreift habe mit meinem Gemälde. Dann bekomme ich hier einen von diesen Blitzmarkern und die haben folgende fiese Funktionen. Hier geht es zum einen die Banane. Die Banane darf ich, bevor die nächste Mahlrunde losgeht, einem Mitspieler auf sein Kabloch schmeißen. Und zwar darf ich wirklich so oft schmeißen, bis das Ding bei ihm irgendwo liegen bleibt. An der Stelle muss der Spieler das Ding dann auch liegen lassen und muss einfach da außen rumzeichnen. Das zweite ist der Moskito. Der ist auch sehr fies. Da muss der andere Spieler den Moskito hier oben auf seinen Stift drauflegen und während des Malens den hier oben balancieren. Fällt er runter, muss ich ihn erst wieder drauflegen und balancieren und dann darf ich erst weiterzeichnen. Dann gibt es hier noch diesen Besen. Und der Besen bedeutet, habe ich in dieser Runde einen von diesen bösen Markern bei mir liegen, die ich beachten müsste, darf ich diesen einen Marker oder einen von den Markern, wenn man mehrere hat, muss man leider auch mehrere beachten, darf ich den zu meinem Gegner, einem beliebigen, rüberfegen und da muss der eben damit klarkommen. Ja, und dann gibt es noch zwei von diesen nicht gegnerbetreffenden Markern, hier diesen XP plus 2. Wenn ich diesen Marker hier während der Wertung ausspiele, kriege ich einfach zwei Erfahrungspunkte zusätzlich hier auf der Leiste und dieses Schild schützt mich vor einer Falle. Bedeutet also, wenn ich jetzt irgendwo den drauflege und sage, ich würde ganz gerne vor diesem Gegner hier geschützt sein, dann würde ich dafür keine Minuspunkte kriegen, wenn ich den in meinem Gemälde treffen sollte. Das ist das Schild. Und wenn jetzt ein Spieler die Bombe erwischt, die Bombe kriegt man dummerweise immer und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Hier haben wir zum einen, dass man das nächste Bild, was jetzt kommt, mit ausgestrecktem Arm zeichnen muss. Man darf also den Ellbogen nicht abknicken. Dann gibt es hier dieses Schöne, das bedeutet, ich muss mit Daumen und kleinem Finger den Stift halten und meine Zeichnung machen. Das hier bedeutet, bin ich Rechtshänder, muss ich mit links malen, bin ich Linkshänder, muss ich mit rechts malen. Das bedeutet, ich muss ein Auge zumachen beim Zeichnen. Und dieser Wirbelwind bedeutet, ich muss die Malscheibe umdrehen auf diese wirre, bunte Seite und da ist es dann schon schwerer, einen Weg einzuzeichnen, wenn hier alles so bunt ist. Ja, habe ich mehrere Bomben berührt und es liegen mehrere von diesen Sachen vor mir, dann kann es schon mal sein, dass ich dann mit der linken Hand, Daumen, Zeigefinger auf der anderen Seite mit ausgestrecktem Arm und einem Auge ein Bild malen muss, wenn ich mal schön verschiedene Sachen hier abgekriegt habe. Muss ich in einer Runde mehrere Bomben ziehen und das sind gleiche Bomben, dann darf ich die Dubletten gleich wieder zurück mischen und darf die ignorieren. Ja, das sind eigentlich die kompletten Regeln dieses Spiels. Ich werde euch jetzt noch kurz ein Level malen. Was nehme ich denn? Das haben wir schon gemacht. Ach, ich mache jetzt einfach das hier. Hier ist die Aufgabe, ich muss drei Linien mit Start und Zielpunkt zeichnen. Startpunkt ist hier diese Ruine, Zielpunkt ist jeweils die Blume. Für jeden von diesen Münzen kriege ich einen Erfahrungspunkt extra. Wenn ich die Figuren erwische, gibt es ein Minus. Wenn ich irgendwie eine Ruine erwische, kriege ich auch ein Minus. Das heißt, wir drehen die Uhr um und zeichnen jetzt mal los. Das heißt, von hier geht es los zu der Blume, dann hier zur Mitte und hier zu der Blume. So, ich bin fertig. Ich lege das mal hier drauf und wir schauen, was passiert. Wir haben von der Ruine losgemalt, das ist richtig. Wir haben diese Blume getroffen, wir haben diese Blume getroffen, wir haben diese Blume getroffen. Das heißt, da kriegen wir jetzt sechs Punkte. Für jede Blume zwei. Wir haben strafmäßig nichts anderes erwischt. Wir haben aber hier und hier noch die Münze gestriffen. Das heißt, es gibt nochmal zwei Punkte extra. Das sind wir bei acht Punkten. Ich müsste mir hier für die nächste Runde einen Bombenmarker ziehen und ich dürfte mir für die nächste Runde hier einen grünen Marker nehmen. Minuspunkte, wie gesagt, gibt es nichts. Das habe ich nichts berührt. Und somit wäre hier acht Siegpunkte mein. Die würde ich hier ziehen. Und weiter geht's. Wie gesagt, man spielt immer einen soen Levelsatz durch. Die Level haben bis auf das letzte Level immer sechs Karten, die zu erledigen sind. Mit den unterschiedlichsten verrückten Aufgaben, die immer schwieriger werden. Ein absoluter Spaß. Hätte ich nicht erwartet, dass das so eine coole Idee ist. Aber ich finde es einfach eine geniale neue Spielidee. Hat uns super Spaß gemacht. Und vielleicht kommen hier auch noch ein paar User Level dazu. Wer weiß, wer weiß. Hier ist der Kreativität ja kein Ende gesetzt. Ein sehr, sehr schönes Malspiel, wo man absolut nicht künstlerisch begabt sein muss, sondern einfach ein bisschen die Proportionen einschätzen muss, um hier als Sieger hervorzugehen. Gewonnen hat natürlich der Spieler, der nach Besiegen des Endbosses dann auf der Leiste am weitesten vorne ist. Der ist natürlich der Sieger dieser Runde. Das war mein Video zu Looney Quest. Einem absolut genialen Malspiel, wie ich finde. Mit einem genialen Spielhintergrund. Finde ich absolut cool. Könnte auch mal computerspielende Kids ein bisschen ansprechen. Also mich hat es angesprochen. Und ich spiele auch sehr gerne am Computer. Deswegen hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und wir uns dann im nächsten Brettspielvideo wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Servus, macht es gut. Euer Michael.